Keine Lust mehr, in Pilzen zu leben? Jep. Genervt von einem besorgten Papa. Der verbotene Wald ist verboten. Ihr habt Pilzarrest. Papa Schlumpf kommentiert uns rum. Wie wär's mit etwas Neuem? Ich hab jemanden gesehen, der sah so aus wie wir. Was, wenn das verlorene Dorf keine Legende ist? Wenn es da wirklich andere Schlümpfe gibt, müssen wir sie finden. Was immer ihr macht, esst nicht eure ganzen Vorräte auf. Ich bin ein Stressfresser. Diesen April. Hefti, Schlaubi, Klamsi. Also, das ist nicht mal überzeugend. Entdeckt eine geheimnisvolle, unvorstellbar schöne Welt. Wow, wow, wow. Und ein Biest hinter jeder Ecke. Gut gemacht, Klamsi. Du könntest eine neue Unterart von Fluginsektuiden entdeckt haben. Wie sollen wir sie klassifizieren? Ja, okay, dann eben Feuerfliege. Was sagst du, Hoppe Galopp? Der Fluss ist gefährlich und hinter jeder Biegung ist eine Bedrohung? Nee, das hab ich nicht so verstanden. In Deckung! Wir sind nicht mehr in Stumpfhausen. Die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Komm, schneller! Oh Mann.